Das ist ja voll komplex geworden. Kann einer von euch den Eisbären ablenken und ich töte das Junge? Warum eigentlich? Es klingt brutal, aber wir brauchen Nahrung. Max, aber Eisbären, den kannst du nicht essen, Bro. Achso. Ich kann nicht mehr. Yo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram. Links unter der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Darauf erstmal ein Stößchen. Let's go. Liam, hast du Kaka in der Hose? Nein. Echt nicht? Oh. Doch. Och Mann, Bro. Och Mann, Digga. Einfach als ich... Das ist das Gleiche gewesen, als ich mit Micky saufen war. Äh, auf Mykonos. Genau das Gleiche passiert. Ich sage, Micky, hast du Kaka in der Hose? Er guckt mich an. Sagt, nein. Ich sage, Micky, wirklich. Er sagt, doch. Und dann musste der Micky nach Hause fahren. Die Micky hat sich komplett voll geschissen. Guck, guck, du kleinen Schlampe. Guck mal, wer da ist. Du dich immer konzentriert. Du hast gerade Schatz gekriegt. Ich werde schwanger, es kommt ein Junge. Ich werde wieder schwanger, es kommt nochmal ein Junge. Dann ich werde nochmal schwanger, es wird noch ein Junge. Dann ich werde nochmal schwanger, bis ein Mädchen kommt. All right. 1.000 Euro in nur einer Woche. Wirst du das auch schaffen? Dann lass dir dein Glück nicht länger nehmen und swipe jetzt hoch. Tust du so oder bist du so? Tust du so oder bist du so? Sag du doch mal. Ich weiß auch nicht bei dir. Bist du so oder bist du nicht so? Ich glaube nicht. Freut mich so, dass Danergy sich selbst gefunden hat. Nee, Bro. Nee. Nee. Ganz falsch. Ganz falsch, Bro. Ganz falsch. Ich mach drei Spins an Milch raus. Das ist jetzt 1, 2, 3, 3. Ich bin nicht süchtig. Ich kann euch eins sagen, jetzt ohne dass die Frau es mitbekommt. Ey, wisst ihr, was ich im Urlaub, ich hab ohne Schein, ich sag's euch nicht. Ohne Witz, im Urlaub. Puh, Junge. Jeden Tag. Jeden Gottverdammten Day. Everyday. Ja was, ja was. Ja was. Jeden Tag, Blatt. Junge, was glaubst du? Jeden Tag hat er sich vollgeschissen. Every fucking day. 11 Uhr Vormittag. Erste. Erste Mal. 11 Uhr Vormittag. War Tradition. Warten Sie mal. Also, Tante. Tante. So viel. Tante. Zeit. Tante. Bremse. Tante. Zelt. Tante. Warten Sie auf die Tante. Sie dehnen Ihre Zeit so sehr aus, dass Sie so viele Bremsen im Zelt haben. Tante. Hey, no joke. Und das ist ein huge fact. Okay. Das Leben ist viel zu kurz, um dich einfach jeden Tag zu geilen Scheiß zu fressen. Kevin bro. Mann, Alter. Und einfach zu bumsen. Kevin, du frisst jeden Tag nur, Mann. Du bumst nicht. Du frisst jeden Tag nur. Du frisst jeden Tag bei McDonalds. Das ist nicht mal geiler Scheiß, Mann. Du fickst nicht. Du frisst jeden Tag nur bei McDonalds. Das war's. Hib das mit und schick das dem Arme, Jungen. Sag mir, dass es nicht true ist, einfach. Digger. Was soll dein Chat dazu sagen? Die wissen das nicht. Es gibt auch Polizisten, sagt man, die ja auch tatsächlich mal gerne sich was zusammenbauen. Echt? Verrückt, ne? Ganz verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Natürlich kenne ich die alle nicht. Und deswegen konnte ich natürlich leider keine Anzeigen schreiben. Aber die gibt es halt überall. Hey, du bleibst dran, bitte. Wieso? Du bleibst dran. Du bist, ach, genau das, was ich suche. Ich glaube, du verstehst mich. Du hast eine Maske an, sehr gut. Echt? Ja, ich... Oh Gott, ich... Ich sehe mehr. Wie du siehst mehr? Du hast nicht... Du hast nicht nur... Die Maske an, die mich... Bro, geht's dir gut? Die mich... Und ich will dir was verraten. Ich... Wie alt bist du? Ich bin neu, besonders. Guck dir gut? Ja... Ja... Dein... Boah... Oh, geht's dir gut, Alter? Was war's? Ey... Das... Mega brüste. An den Kopf. Das war's? Um den Kopf. In den Kopf. An den Kopf. Um den... Um den Kopf. In den Kopf. Und los. Du ätzender, kleiner, schmierender, schmieriger, holzspäne, inhalierender Wurm. Du Magel, du Pitter, du Augentaucher, du dreckiger Hundson, du... Du Dreckschwein, du Arschloch, du Hundson, ich steck nicht ab, ich schlitz nicht auf. Herr Lehrer, entspannen Sie sich. Ich schalte dir in den Bauch, verspottel dich in meinen Garten und jedes Mal, wenn ich Bock hab auf einen kleinen... Digga, buddel dich nicht wieder aus. Das ist geil. Ich liebe... Ich liebe einfach, wenn du die Arbeit mit der Hand erledigst. Es gibt nichts über einfach richtig geile, schwere, modulare Handjobs. An der Stelle... ...hab ich Dinge im Urlaub erfahren von Trimax... ...aus seinem Privatleben, die... ...die so unglaublich belastend sind für mich, dass ich... ...dass ich einfach Max mit anderen Augen mittlerweile sehe. Der Typ ist einfach wirklich ein fucking Oger. Tabi, dankeschön. Wie kann ich mein Abo kündigen? Das läuft ganz normal ab, aber ich kann dir, wenn du möchtest, dir auch den Gefallen tun... ...kann dir auch den Gefallen tun, dich einfach schon Sperma zu bauen. Wenn du möchtest. Nur ein Angebot meinerseits. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. An der Stelle ein Ausrufezeichen Prime in den Chat wäre absolut ein Bobber-Ehre, Leute. Subt man hier rein, natürlich, klar.